Ja, vielen Dank Alois für die freundliche Vorstellung und vielen Dank vor allem auch für die Einladung. Es ist mir wirklich eine Freude und auch Ehre, vor einer so interessanten Einrichtung sprechen zu können. Ich knüpfe an das an, was der Alois vorher schon sagte, ich spreche über digitale Infrastruktur im weiteren Sinn, das heißt von der gesamten Kette, vom Internetanschluss über die kleine Infrastruktur, die bei jedem zu Hause ist und die darauf laufenden Applikationen. Ja, in dem Sinn und knüpfend an die Fragen oder Themen, die da Alois genannt hat, möchte ich drei Bereiche kurz nennen und auf die eingehen. Erstens, wo steht Österreich heute in der Digitalisierung? Seitens welchen Impact hatte die Corona-Pandemie auf die digitale Infrastruktur? Was können wir aus den Erfahrungen mit Homeoffice und Homeschooling lernen? Und dann ein bisschen einen Blick in die Zukunft, ganz vorsichtiger, gibt es eine Trendumkehr? Ja, ja, nein, was wird verstärkt? Ich habe einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und beginne gerne mit den Fakten. Für mich ist da eine sehr gute Quelle der DESI-Index und das sieht man jetzt hier auf dem Slide. Ich glaube, den DESI-Index brauche ich nicht weiter vorstellen. Aber da zunächst, wo steht Österreich eigentlich Platz? Im Mittelfeld. Wir haben zwar im Gesamtindex weiterhin etwas über dem EU-Durchschnitt, doch der Abstand, und das ist etwas, was mich mit Sorge erfüllt, der Abstand zu den leistungsstärksten Ländern hat sich vergrößert. Humankapital, das gibt es eine gute Nachricht, das heißt digitale Kompetenzen, Softwarefähigkeiten, IKT-Absolventen, Fachkräfte liegt Österreich überdurchschnittlich. Bei der Nutzung von Internetdiensten hat wie im Vorjahr da langsamer zugenommen als in anderen Mitgliedstaaten. Mit Platz 18 rangieren wir da im unteren Drittel. Konnektivität, das schneidet Österreich unterdurchschnittlich ab. Das Problem liegt insbesondere bei den schnellen Festnetzanschlüssen. FTTH ist in Österreich praktisch nicht existent. Kabelanschlüsse liefern zwar im Allgemeinen mittlerweile Gigabit-fähigen Internetzugang, allerdings nur, und das muss man dazu sagen, einschränken innerhalb des Kabel-Footprint. Das heißt bestenfalls jetzt circa 50 Prozent der Bevölkerung. Und das auch nicht immer, weil Kabel auch ein Shared Medium ist und außerdem mancher Kabelnetzbetreiber auch noch investieren muss in die Gigabit-Fähigkeit. Allerdings beginnt, wir müssen nicht sehr weit schauen, am Stadtrand von Wien schon das Konnektivitätsproblem, dort wo zum Beispiel kein Kabel mehr ist. Österreich hat zwar eine generell gut ausgebaute Mobilfunk-Infrastruktur, aber auch Mobilfunk ist ein Shared Medium. Ich hoffe allerdings, dass im nächsten Jahr durch den Einsatz des neu vergebenen 5G-Spektrums die Situation in den unterversorgten, in den Mobilfunk unterversorgten Gebieten besser wird. Ich will da die Bemühungen der Anbieter gar nicht kleinreden, aber ich denke, da liegt noch einiges vor uns. Bei der Integration, und das ist sozusagen der letzte Punkt, der letzte Index, auf den sich der E-DESI bezieht, Integration der Digitaltechnik liegt Österreich auch unter dem Durchschnitt, hat sich allerdings leicht auf den 17. Rang verbessert. Österreichische Unternehmen nützen die Möglichkeiten der Digitaltechnik wie Cloud oder Big Data nach wie vor nur unterdurchschnittlich. Und das ist natürlich keineswegs gut. Der Anteil der Unternehmen, die soziale Medien nutzen und online verkaufen, hat aber zugenommen. Lassen Sie mich sozusagen kurz einmal zurücklehnen. Wir alle, die uns mit diesem Thema befassen, haben jahrelang Sonntagsreden gehört, was alles gemacht werden sollte. Aber diesen Sonntagsreden sind bildlich gesprochen, von Montag bis Freitag keine oder nur halbherzige Taten gefolgt. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr darüber sprechen, warum sich die Mehrheit der Bevölkerung mit dem Mittelmaß abfindet. Auch die Mehrheit der Entscheidungsträger. Wir stecken nach wie vor in der Mittelmäßigkeitsfalle, aus der wir raus sollten. Das hat natürlich auch zu tun mit Mechanismen, wie Politik funktioniert, wie Mehrheiten gefunden werden etc. pp. Natürlich löst auch Digitalisierung da und dort Ängste aus, auf die Antworten gefunden werden müssen. Und ich denke mir, dass wir diese Fragen einerseits heute in der Diskussion, auch in diesen Arbeitsgruppen vertiefen können, zumindest ansprechen können. Aber ich glaube vor allem, dass die Digital-Sociation einen wichtigen Beitrag gibt. Meine Damen und Herren, Covid wird wie ein Vergrößerung. Stärken werden besser sichtbar, Schwächen lassen sich nicht mehr unter den Teppich kehren. Lassen wir diese Krise nicht ungenutzt. Sie lenkt unsere Aufmerksamkeit genau auf die Handlungsnotwendigkeiten. Wir kommen zum zweiten Punkt. Welchen Impact hatte die Corona-Pandemie auf die digitale Infrastruktur? Und was können wir aus den Erfahrungen von Homeschooling und Homeoffice lernen? Lassen Sie mich mit der Infrastruktur starten. BEREC hat eigentlich von Beginn des Lockdowns monatlich oder sechswöchig Berichte veröffentlicht, ob es zu Engpässen in der Internetversorgung gekommen ist. Es gab außerdem zu Beginn des Lockdowns sogar einige Diskussionen darüber, ob im Falle nachhaltiger Kapazitätsengpässe die sonst sehr hochgehaltenen Netzneutralitätsregeln vielleicht aufgeweicht werden sollten, um wichtige Dienste bevorzugt zu transportieren. Allerdings ist es zu dem Ernstfall glücklicherweise nie gekommen. Und die Frage, was wichtige Dienste sind, darüber haben sich natürlich auch die Meinungen, da gab es geteilte Meinungen, ob Gaming zum Beispiel ein wichtiger Dienst ist. Probleme sind allerdings an anderer Stelle aufgetreten. Und das führt mich zu einem weiteren Aspekt, der mir sehr am Herzen liegt. Die IT-Ausstattung des privaten Haushaltes lag vor der Krise in einem Bereich, den man mit Nice-to-have beschreiben kann. Mit dem Lockdown wurde plötzlich, gleichsam über Nacht, der private Haushalt Teil der kritischen Infrastruktur des Landes. Der kleinere Teil der Bevölkerung verfügte und verfügt nach wie vor über ausreichend performante Internetzugänge, kleine Infrastruktur sowie genügend physischen Raum, um die multiplen Anwendungen aus Homeoffice und Homeschooling zu bewältigen. Beim größeren Teil der Bevölkerung allerdings schaut die Situation anders aus, nach meiner Beurteilung. Abgesehen vom oftmals bestehenden Raummangel bei vielen Familien fehlen oftmals ausreichend performante Internetzugänge und oder ausreichende IT-Ausstattungen. Also wenn sich drei Kinder einen Laptop teilen müssen, dann wird das schwierig mit dem Homeschooling. Da würde ich mir insbesondere auch mehr nachfrageseitige Förderung wünschen. Das ist ein Punkt, der in Österreich etwas unterbelichtet ist. Homeschooling hat aber auch andere Problemfelder aufgezeigt, wie zum Beispiel das Fehlen einheitlicher digitaler Lernplattformen. Hier orte ich massive langjährige Versäumnisse der Bildungsbürokratie. Ich weiß konkret von Schulen, wo die Eltern die Lernunterlagen in Papierform von der Schule abholen mussten. Diese Unterlagen nach Bearbeitung durch die Kinder wieder in die Schule gebracht werden mussten, physisch oder bestenfalls eingescannt übermittelt werden konnten. Ich denke, dass es auch ein besonderes Problem gibt bei Familien, also bei Familien aus bildungsferne Familien, bei denen die Eltern den Kindern beim Lernen nicht helfen können. Ich würde mir hier wünschen, dass man zum Beispiel, und das ist so eine Idee von mir, arbeitslose Personen aus der Eventbranche, die ja momentan sehr leidet unter den Corona-Bedingungen, als Beispiel nur, als Tutoren für solche Kinder tätig werden lässt. Das wäre vielleicht eine bessere Investition, als mit der Gießkanne alle Firmen, auch solche, die schon vor der Krise, an der Kippe standen oder kurz darüber durchzufüttern. Mir fehlen auch warnenbare Aktivitäten der Bildungsbürokratie, um die absehbaren Homeschooling-Episoden im Herbst und Winter besser managen zu können und die Eltern in den bevorstehenden Monaten nicht wieder alleine zu lassen. Ich habe noch einen anderen Aspekt, der durch die Pandemie ganz besonders in den Fokus gerückt ist. Ich habe schon vorher davon gesprochen, dass mit dem Lockdown gleichsam über Nacht die private IT in den Haushalten zum Teil der kritischen Infrastruktur des Landes geworden ist. In dieser Zeit hat sich die Anzahl der Cyberangriffe vervielfacht. Malware wie Emotet hat sich plötzlich wieder rapide verbreitet. Die Zahl der ransomware-Attacken ist massiv nach oben gegangen. Die Mitarbeiter aus Großunternehmen haben meist gut geschützte Notebooks, die von den jeweiligen Firmen IT remote gemanagt werden. Bei vielen Klein- und Kleinstunternehmen ist aber das oft nicht mal der Fall und es kommt sehr oft natürlich private Notebooks zum Einsatz, die nicht oder nur umzureichend geschützt sind. Mir fehlt an dieser Stelle auch ganz einfach die generelle Awareness. Es gibt übrigens ausgezeichnete Online-Schulungen zu dem Thema, die dann eigentlich durch entsprechende Anreize oder vielleicht sogar Verpflichtungen mehr verbreitet werden sollten. Ich komme zum Schluss. Wird es zu einer Trendumkehr der Megatrends in der Digitalisierung kommen oder vielleicht sogar zu einer Verstärkung? Ich denke nicht, dass die Digitalisierung in Zukunft weniger bedeutend sein wird. Ich darf jetzt auch bitten, das nächste Bild hier hineinzugeben. Das nicht dieses, sondern das vielleicht davor. Alois. Das waren die Homeoffice-Risken. Ja, dann bitte das nächste. Ja, es zeigt eine aktuelle Studie, dass ein Ausschnitt macht, die Pandemie einigend auf die Digitalisierung sozusagen eingewirkt hat. Allerdings, und da kann ich aus eigener Wahrnehmung nur sprechen, würde wohl allen uns der Wert persönlicher Begegnungen und der Austausch im Rahmen von Präsenzmeetings wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. Was sich allerdings abzeichnet, und das ist sozusagen möglicherweise wirklich eine globale Veränderung, Veränderungen in den globalen Lieferketten. Manche Beobachter sprechen auch von einem Trend Richtung De-Globalisierung. Die Abhängigkeit Europas in den Bereichen Elektronik, Pharmazeutika, also insbesondere zum Beispiel mit Schmerzmitteln oder mit anderen Medikamenten wie Antibiotika, aber auch Healthcare. Man hat das gesehen bei den Ventilators, also bei diesen Beatmungsgeräten. Diese einseitige Abhängigkeit von Lieferanten in Asien ist zweifelsohne ein Weckruf an die Politik. Und der Begriff der strategischen Autonomie, der kurz vor dem Sommer durch den EU-Commissioner Breton wieder sozusagen zum Leben erweckt worden ist oder neu belebt worden ist, ist zu einem wesentlichen Faktor geworden. Ich stoppe hier und freue mich auf eine rege Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank. Aber ich glaube, dass ganz einfach extrem, also dass rigide Strukturen in der öffentlichen Verwaltung und insbesondere im Bereich des Bildungssystems, aber auch im Bereich des Gesundheitssystems, solche rigiden Strukturen größte Schwierigkeiten haben, Veränderungen zu akzeptieren oder die auch weiterzugeben. Wobei es gibt ein positives Beispiel, das mir zum Beispiel einfällt in dem Zusammenhang, über das E-Rezept, also das elektronische Rezept ist in Österreich, glaube ich, drei Jahre geredet worden, sowas, da hat es nur Widerstände gegeben, kaum kam Covid-19, ist über Nacht das elektronische Rezept Wirklichkeit geworden, weil es war eh fertig. Es wollte nur irgendjemand nicht und auf einmal ist das gegangen. Und heute geht das weiter. Heute brauche ich für ein Rezept, das ich immer wieder brauche, nur in der Ordination anrufen, es wird in die ELGA gestellt und ich gehe in die Apotheke und hole mir das Medikament ab. Das funktioniert. Also das heißt, es gibt manchmal, und deswegen habe ich das auch bewusst gesagt, lassen wir diese Chance, die durch die Krise gekommen ist, nicht an uns vorbeigehen. Das ist etwas, was einen transformatorischen Schub erzeugen kann, den wir nützen sollen. Das ist etwas, was einen transformatorischen Schub erzeugen kann,